Ring 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 Banana Phone Sowas ist nicht wirklich toll Wenn man dann da gerade eben auf einmal die ganze Web nach unten fliegt Da hab ich am Schlüssel aufgehoben Ich schätz mal der Schlüssel ist für die Tür da Kann mich auch irren? Natürlich Tue ich aber nicht Thank god Es hat geruckelt Die Map hat irgendwas geladen, irgendwas großes Schätz ich jetzt mal denn Ah, es sieht nach Lade Genau Ladesequenz, laden Joah Oh nein Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg. Geh weg. Und du auch. Habt ihr irgendwas hier? Was tolles? Irgendwas, was mir weiterhilft? Könnt ihr echt mal die Lampe hier ausmachen. Ah, wir haben noch ein bisschen was. Zu. Zu. Ja, ich drehe mich mit Absicht zu weit weg. Auf. Weil falls da irgendwas rausfliegt. Hallo, Nelo. He's everywhere, I can't. Blablabla. Schädel. Awesome! Ich glaube, euch ist aufgefallen. Ich, oh. Aladin. Komm raus, ich wünsch mir was. Ich will raus hier. Ich benutze zur Zeit öfters mal die englische Sprache. Bin auch nicht sonderlich gut. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Yes. Ach, awesome. Einfach willkürlich Sachen zerstören. Kann man damit irgendwas machen? Nein, kann man damit irgendwas machen? Umwerfen. Toll. Was haben wir gekriegt? Hole Nadel. Hole Nadel. Heilige Nadel. Das geht sogar noch. Lass mich doch einfach in Ruhe. I don't like this. Wäääh. Geht's? Was ist das denn hier? Gangbang oder was? Wäääh. Och, nochmal so eine Truppe, Alter. Mach das doch außerhalb von meinem LP. Jetzt kommt gleich wieder was. Das war so klar. Ich guck dir mal lieber nicht an. Wäääh. 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 Hallo du Bienen des Stück. Hallo. Kannst du mal irgendwas machen? Ich hab gedacht, ich kann ihm irgendwie Angst sein jagen. War aber im Endeffekt doch nicht so der Fall. Also man kann so sagen, die Theorie war, ich renne raus und jag ihm Angst sein. Die Praxis... So, anders aus. Nein, anlassen. Schlüssel, auf. Rein. Weiter rennen. Auf. Noch weiter rennen. Och, Speicherpunkt. Lad in. I can't take it anymore. I want to pull, but to puke. I feel sick and... Please, anyone... Nein. Wasser. Und ich hab den letzten Satz nicht mehr gelesen, weil ich gesehen hab, dass hier Wasser ist. Gleich kommt das Wassermonster. Hm. Go away from me. Bitte, please. Pleiase. Was ist das? Alles gut. Glas klar. Okay. Wir haben nie was gesehen. Nie. Nö, nö. Alles, alles gut. Alles, alles gut. Ist alles okay. Ist, äh, nix, äh, was... Die überhaupt nur irgendwie Angst hat. Zaaaaaah. Die erschreckt mich doch gleich. Die erschreckt mich. Ich kenn dich. Eisene Jungfrau. What the hell is that thing? Isn't that, äh... Erschreckende... Hurenpuppe. Eiserne Jungfrau. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Och, du Pussy. Tötest dich nicht mal selber. Wie so ein Mann. So, was bringt mir das? Willst du mich doch verarschen, Alter. Tür versperren. Oder was? Check ich nicht. Die lässt dich nicht mehr bewegen. Regal. Geh. Weg von der Tür. Western Attic Se... Seation... Section Key. Mann. Ja. Da geht vor Schreck sogar meine Lampe aus. Ah. Ja, meine Lampe hat sich beruhigt. Sie ist wieder da. Ne, ich war gleich. So. Warum... Warum hast du hier gerade so einen... So einen... Breakdancer. Geh weg. Go away from me. Pliase. So. So. Ja, töte mich. Komm, hopp. Ja, ja. Oh. Oh. Was eine scheiß Custom Story. Oh, man. Oh, man. Das war mies. Das war echt mies. Wehe, du kommst jetzt nochmal. Ich töte dich. Ah, du kommst nicht nochmal.